Hallo ihr Quierlinge, in dieser Episode von Elex 2 nutzen wir unseren heißen Draht zu Kassandra und klingeln ein paar mal durch bei der KI der Skyends und wollen mal hören, wie es ihr so geht. Außerdem wird am Bild gefeiert und zwar kräftig. Los geht's! Dunkel war's, der Mondschienhelle. Na, nehm mal lieber den da, genau. Und ich schicke Jax zurück ins Alpdepot, denn dort möchte ich eine wichtige Besorgung erledigen. Denn wir sind jetzt im vierten Passus. Es gibt, wie ich recherchiert habe, nur vier Passus. Und aus diesem Grund muss ich jetzt wirklich ein bisschen in die Pötte kommen, wenn ich noch sämtliche Steam-Errungenschaften kriegen möchte. Mir fehlen im Moment noch drei, denn ich habe off-cam mir diejenigen Steam-Errungenschaften erspielt, die ich mir hier in dem Spieldurchgang im Let's Play nicht holen konnte, nämlich tritt den jeweils anderen Fraktionen bei, beziehungsweise tritt keiner Fraktion bei. Das habe ich so, nachdem ich dann wusste und selbst über den Punkt hinaus war, wo man das entscheidet. Also ich wusste, wie das geht. Entsprechend so ein bisschen off-cam auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe durchge-powered, während ich irgendwie Musik gehört habe. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt alle Steam-Errungen geschaffen, die ich haben kann. Es fehlt noch eine, die da lautet, Spiel abgeschlossen. Klar, das kommt von ganz alleine. Und es fehlt noch eine mit den Lernpunkten, dass ich nämlich Überleben maximal skille und dass ich alles skille, was so zu haben ist. Und das werden wir nicht schaffen, wenn wir hier mal schauen. Ich habe jetzt fünf Lernpunkte. Und ja, ich mache so ziemlich in jeder Episode eine Stufe. Kommt also ein Lernpunkt hinzu. Ich habe gerade fünf. Ich brauche aber allein zwölf, um hier Überleben auf Maximum zu bringen und mir da die Errungenschaft zu holen. Beziehungsweise, wenn ich dann hier noch die Persönlichkeit für die zweite Errungenschaft, die da noch fehlt, hinzuholen will, dann brauche ich ja weitere eins, zwei, drei, vier, fünf, plus vier nochmal neun. Und neun plus zwölf sind einundzwanzig minus fünf. Schwierig? Sechzehn? Sechzehn Level machen wir nicht mehr. Also da ist das Spiel vorher zu Ende, bin ich ganz sicher. Deswegen muss ich mit den Lernpunkttränken arbeiten. Und dazu fehlt mir das Rezept. Nämlich, genauer gesagt, das Rezept für einen großen Elex-Trank. Geht's dir gut? Du bist so gestolpert, Hase. Und dazu möchte ich gerne dieses Rezept kaufen. Wo ist denn dieser blöde Versorger nochmal? Ist ja nicht zu finden. War doch gerade drin, oder nicht? Na doch gerade hier. Ihr seid aber falsch. Was ist hier nicht richtig? Ach, da muss ich hin. Ja, ihr habt's verstanden. Hat mit der Heile gedauert. Denn, wenn sich jemand mit Elex-Tranken ausgekennt, dann ist es natürlich die Alp-Fraktion. Die hoffentlich auch keine Gewissensmisse hat, mir Dinge zu verkaufen. Ja, du Arsch. Und der hier sollte das haben, angeblich. Da, genau. Ich habe bisher nur das Rezept für einen mittleren Elex-Trank gefunden in der Welt. Es gibt die anderen garantiert auch. Aber da muss ich wirklich überall einbrechen und jede Truge knacken im Zweifelsfall. Hier, mittlerer Trank habe ich. Also kaufe ich mir das und das. Das kostet mich auch schlanke 180, das ist ja gar nichts. Und um guten Willen zu zeigen, was ihm wahrscheinlich überhaupt nichts abbringen wird an der Kennung, verkaufe ich euch ein paar schlechter Schwerter. So. Ich habe ja gut über 100... Oh, warte mal. Moment. Hast du Munition? Na komm, nehme ich. Gut. Jetzt habe ich das. Wir brauchen noch Schrotpatronen von Vicky. Aber jetzt gehe ich noch mal zu Cora. Die wird doch irgendwann mal mir erzählen, was sie mit ihren Ergebnissen jetzt hat. Jetzt sind wir im vierten Passus. Es geht nicht viel später, Cora. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Naja. Gucken wir mal, wie viele dieser Elex-Tränke wir überhaupt auch herstellen können. Der große hier, großer Elex-Trank, gibt einen zusätzlichen Lernpunkt. Ich baue dafür Elex, das ist nicht überraschend, und schwarz gebrannter. Also, ich habe knapp 50 schwarz gebrannter. Braue 20 Elex. Das heißt, 20 mal 50 sind 1000. 1000 Elex gehen drauf. Habe ich noch 374. Dann hätte ich aber auch 49 Lernpunkte. So viele brauche ich gar nicht. Ich habe gerade 16 irgendwie zusammengerechnet. Machen wir mal 10. Moment, Vorsicht. Ja, 10. Jetzt sollte ich die ja finden. Habe ich die jetzt hergestellt? Ich habe ja gar nichts hergestellt. Was ist denn wieder? Das ist doch alles gar nicht so schwierig. Hier? 10. Achso. Ja, na klar. Scheiße. Ey, das kann was werden heute. Jetzt mal eine Frage. Was ist so ein Trank eigentlich wert? Wenn ich den jetzt verkaufen würde. 150. Das kannst du vergessen. Da ist das Elex, was ich dann verkaufen würde. Wahrscheinlich mehr wert. Also das Roh-Elex. Mit dem ich jetzt auch noch ein bisschen was habe. Na, wobei. Ist es nicht unbedingt. Aber egal. Jetzt gibt es hier 10 Lernpunkte. So. Und dann geht es zu einem Lehrer, der uns Überleben beibringt. Lehrer auf der Karte markieren. Wer kann denn das? Das kann zum Beispiel der Kampfausbilder der Alps. Der ja auch genau für solche Sachen zuständig ist. Was machst du da? Okay, damit komme ich zurecht. Kann ich verstehen. Finde ich sogar gut, dass er einen Tagesablauf hat. Und deswegen werde ich noch mal checken, wie es sich so in Vardex... Hier ist der, nicht Vardex. Zarek. In Zareks Bettchen schläft. Oh, diese Namen. Und, Batsch. So, mein Freund. Wir haben einen neuen Auftrag. Was haben wir denn? Stand by. Wir müssen die Empfangsdame der Sky-Ens kontaktieren, wenn wir den Hauptformer lahmlegen wollen. Wahrscheinlichkeit der Existenz einer solchen Person 0,003%. Nein, ich meine... Ich rede von Cassandra. Sie scheint die einzige Entität zu sein, die uns reinbringen kann. Die Steuerung der Tore und Türen eines Formers geschieht über eine zentrale Kontrolleinheit. Sag ich ja. Wahrscheinlichkeit der Ortung durch Kontrolleinheit 0 liegt bei 99,9%. Ich weiß, sie wird uns wieder ihre Schergen auf den Hals hetzen, wenn sie weiß, wo wir sind. Also machen wir das an einem Ort, wo Cassandras Kuratoren möglichst wenig Schaden anrichten können. Irgendwo in Thomson Town könnten wir doch so einen Ort finden. Was meinst du? Positiv. Okay, dann markiere ich uns ein schönes Plätzchen in einem verlassenen Winkel der Ruinenstadt auf meiner Karte. Wir postieren uns da erst einmal, dann sehen wir weiter. Stand by. Weiß ich auch nicht. Ja, dann Schnauze halten. Ich weiß schon, was ich tue. Sage ich in dem Augenblick, in dem ich in die falsche Richtung laufe. Das ist heute echt schlimm. Kampfausbilder lenkt mich bitte ab. Oh, da ist er. So. Jetzt zu uns beiden Hübschen. Ich habe nicht hübschere Haare. Du erzählst uns was über erhöhte Ausdauer. Das müsste ja auch von den Attributsanforderungen her irgendwie klar gehen. Also Ausdauer 3 von 3 im Überlebensbaum. Ausdauerregeneration. Ebenfalls 3 von 3. Jetzt brauchen wir einen anderen Ausbilder. Ihn haben wir jetzt irgendwie komplett durch. Fähigkeiten. Wer kannst du das zeigen? Jemand in der Bastion. Ja, Rolf. Na dann. Gehen wir mal zu ihm. Soll ja nicht jeder wissen, was ich hier so lerne. Na ja, jetzt kann ich länger joggen. Das stimmt. Geht deutlich länger. Der gelbe Ausdauerbalken. Geht jetzt nicht mehr so schnell zur Neige, wenn ich hier durchjogge. Überleben. Du bringst uns bitte bei... Ah, den Sechsten. Das ist so ein Scheiß-Ding. Hast du ja ständig diese roten Teile auf der Karte. Na ja. Einsamer Wolf. Eins. Zwei. Oh, Gerissenheit. Oh, da gehen wir auch hin. Gerissenheit plus 10 wäre das Nächste, was ich bräuchte. Gerissenheit. Was sagen denn unsere Tränke hier? Eisenhaut, Gauner, Gerissenheit. Dazu brauchen wir... Ja, da können wir mal 15 Urtierherzen. Mal 20. Das sind 300 dunkles Elixit. Geht da weg. Aber dafür brauchen wir es doch, oder? Ich rühre uns jetzt diese Gerissenheitstränke, weil offensichtlich brauchen wir das ja. Diese Attributspunkte. Trank des Gauners. Trank des Gauners. Alle herstellen. Wir müssen halt mehr Sky-Ens jagen, damit wir wieder auf mehr dunkles Elix kommen. Jetzt werden die natürlich konsumiert, womit das Attribut Gerissenheit um 15 Punkte auf 75 gesteigert wurde. Dann geht's zurück zu Rolf. Einsamer Wolf 3 von 3. Bei dem hier habe ich echt... Vielleicht hole ich mir das erst ganz zum Schluss, weil das ist so nervig. Ich habe ja diese 6er-Sinn-Brille. Und ja, da werden Gegner auf der Karte, auf der Minimipre rechts oben, als rote Punkte markiert. Das ist okay. Problem, wenn ich sie umschieße und sie tot sind, dann sind die roten Punkte immer noch da. Und gerade in großem Getümmel weißt du dann nicht mehr, ja, habe ich sie jetzt alle down, oder sind noch viele da? Das ist echt total kacke. Das kann er nicht. Okay. Dann kann aber... Dann kann... Echtkeiten. Wer kann denn das? Das können nicht so viele. Ah, Cora. Dann gehen wir doch wieder zu einer Alps. Vielleicht hole ich mir auch nur diesen einen Perk. Ah, wobei, das ist natürlich auch blöd. Den brauche ich ja, um mir den... Also, ich habe gerade überlegt, ob ich mir in diesen 6. Sinn einfach hole, um die Errungenschaft zu triggern. Und danach lade und wieder in den Zustand zurückgehe, dass ich den nicht habe. Weil mich das eher stört, dass es es nutzt. Aber ich brauche ja das auch für die zweite Errungenschaft, nämlich alles zu lernen. Also, es muss das allerletzte sein, was ich mir hole. Egal. Erstmal hier von dir will ich lernen. Von dir lernen heißt siegen lernen. Tränke werden effektiver und ich bin auch ein guter Esser. Oh ja. Und damit haben wir jetzt hier alles bis auf den 6. Sinn. Den gibt es bei Rolf, das kann ich mir merken. Jetzt sind immer noch vier Lernpunkte da. Und es ginge noch weiter mit Persönlichkeit. Hierfür brauchen wir keinen Lehrer. Was ist denn das hier? Schüler, Lehrer sind billiger. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Wenn das das Letzte ist, was man sich kauft, ist auch Quatsch. Äh, Schlange und Zunge. Naja, wer kann uns das denn erzählen? Eva. Oder Chloe. Ich gehe mal zu Eva. Das hätte ich natürlich viel früher machen müssen. Am Beginn der Episode eigentlich. Um mein Elexit-Konto zu maximieren, wie ich es ja vorhabe. Aber ja, es geht halt bei so einer langen Reise wie diesem Elex 2 Let's Play auch nicht ohne Fehler. Die gehören dazu. Hier sind wieder die falschen Texturen und die falschen Lichter geladen. Das ist alles viel zu hell. Hier wird es plötzlich dunkel. Naja. Eva. Da bist du. Du bringst mir bei Schüler. Zweimal. Danke. Das können wir noch nehmen. Wir ballern alle Lernpunkte weg. Ein paar kommen ja noch. Sind ja noch nicht ganz durch. Das kann Tiag. Ach, der. Ah ja, okay. Klar, dass der das kann. Alternative ist Hector. Dann gehen wir zu Hector, weil ich sowieso bei Vicky noch ein paar Schrotpatronen kaufen möchte. Wo ist eigentlich Dex? Finde ich denn jetzt hier? Wir gehen erst zu Hector und dann hier unten einkaufen. Hier. Schlangezunge. Zwei. Lernpunkte auf null. Gut. Wenn es Dex hier irgendwo gäbe, müsste ich ihn ja eigentlich auf der Karte sehen. Ansonsten gibt es ihn wahrscheinlich nicht. Ich tippe auf nicht. Ich habe jetzt keine Lust, wenn ich keinen Hinweis darauf habe, wo Dex sich aufhält und ob ich ihn überhaupt finden kann hier. Es ist ja mal, wer in der Kaderstab nicht gefunden werden will, der wird auch nicht gefunden. Und ich habe keine Lust, jetzt hier die ganze Stadt abzulaufen. Auf die Gefahr, dass ich ihn gar nicht finde. Du gibst mir Energiezellen und dafür verkaufe ich dir vier Stachelkeulen. Er war schon bei 110.000. Drei von denen. Und den Kursbogen. Jawohl. Gut. So fühle ich mich gut vorbereitet auf das, was er kommen mag. Wir brauchen jetzt noch Lernpunkte mäßig hier einen und weitere vier, also fünf und dann den letzten hier oben sechs. Sechs Level werden wir vielleicht nicht mehr haben. Aber wir spielen mal ein bisschen weiter. Mal gucken, was noch so passiert. Was wäre denn dran, questmäßig? Ein heißer Draht. Ja, das müssen wir zuerst tun. Das ist Missionsziel. Na dann. Kony ist dabei. Wird schon schief gehen alles. Erstmal räume ich ein bisschen auf. Ist das ein Mistvieh. Wie ich das hasse, dieses Viehzeug. Schaden des Todes. So. Ich habe gerade eh nichts ausgegeben. Ich will es wieder haben. Sechs Stück. Sehr gut. Ist hier Ruhe oder gibt es auf dem Schrottplatz wieder Rambazamba? Ah, da oben. Gut. Jetzt fühle ich mich unbeobachtet. Da hinten krabbelt. Da hinten krabbelt was. Ist es egal. Ich kann mal nicht den Kammerjäger spielen hier in Magalan. Kommandant. Kommandant. Ja. Hier ist ein guter Ort, um Cassandra zu kontaktieren. Positiv. Also, dann mach deine Schaltkreise mal wieder auf und ruf sie an. Genauere Spezifikation benötigt. Stelle eine Verbindung her mit der Kontrolleinheit 0. Frage. Widerrufen deines Befehls der Abschottung meiner Steuereinheit? Ja. Entferne deine Sicherheitsbolzen. Ich will mit Cassandra sprechen. Starte Prozess. Bitte warten. Bitte warten. Warte. Warte. Verbindung zur Kontrolleinheit 0 hergestellt. Gut. Cassandra? Kannst du mich hören? Ich höre dich, zweite humanoide Anomalie dieses Planeten. Wo ist deine Urform? Ah, du hast Dawkins also noch nicht gefunden. Tja, der Kerl ist schwer zu fassen, wenn er nicht gefunden werden will. Halte deine Position. Örtliche Kuratoren werden dich in Gewahrsam nehmen. Wo ist deine Urform? Ich geh drauf. Ich hätte einen Vorschlag. Wie wäre es, wenn du uns in deinem Hauptformer empfangen würdest? Ein Empfangen impliziert die freiwillige Gefangennahme der zweiten humanoiden Anomalie dieses Planeten. Ja, richtig. Ich würde mich direkt in die Höhle des Löwen begeben. Wie es aussieht, komme ich nicht drumherum, deinem Hauptformer einen Besuch abzustatten. Analysiere. Schon klar, dass dich das irritiert. Dann werde ich mal versuchen, es dir zu erklären. Na schön. Wir werden sehen. Ähm. Sensoren orten feindliche Einheiten. Na schön. Dann kümmern wir uns erst einmal um ihre Schergen. Oh, mein Kopf. Och, doch nicht jetzt. Mann, wie das Nerv. Hatte sie schon fast wieder vergessen? Ja, das ist ein Quest-Gurator. Der tritt mir einmal in die Eier und ich verliere die Hälfte der Bewegungs- und Lebenspunkte vor allen Dingen. Und die Pestratte greift ihn an. Jawohl. Go, Pestratte. Was? Nein, nicht jetzt. Eine Trainingseinheit deiner geistigen Stabilität wird umgehend empfohlen. Ich mache mir Gedanken um deine geistige Stabilität. Spinnst du? Also der Kontakt mit dieser Kassandra hat ihm echt nicht gut getan. Dem Kleinen. Laden des Todes. Boah. Was ist der Letzte? Ey Arschloch. Hier bin ich. Kuckuck. Von der Solle. Ich finde, wir sollten Wir sollten dieser Pestratte hier ein würdiges Begräbnis geben. Und anrichten, durchführen? Wie nennt man das denn? Na ja. Also organisieren. Denn sie hat für den Planeten Magalan gekämpft, wie wenige Pestratten vor ihr und hat genau den richtigen Augenblick abgepasst, als meiner Drohne hier die Schaltkreise offensichtlich vibriert haben, hier den Kurator abzulenken. Also, wenn ich einen Hut hätte, ich würde ihn vor dir ziehen. Und deswegen werde ich auch deinen Pelz nicht benutzen, sondern ich lasse ihn dir. Geh mit ihm ein. In die kranken Pestratten. Nee, krank war es ja gar nicht. In die Pestrattenjagd gründer. Hier haben wir sie aussehen. Wahrscheinlich irgendwie so wie dieser schmatterige Sumpfier. Gut. Was sind unsere nächsten Schritte? Das Handwerk fühlt sich unantastbar. Ich habe das noch mit auf der Karte markiert. Das ist total abwürdig. Kann ich das wieder weg? Ach ja, das ist gelb, weil es markiert ist. So, löschen. Ich muss da hin. Wo muss ich hin? Mit Cody reden? Erstmal das autogene Training hier wieder. Wir müssen am Ball bleiben. Versuchen wir noch einmal, Cassandra zu kontaktieren. Der Ort, den wir wählten, scheint mir genau der richtige dafür zu sein. Los, mach schon. Verbindung zur Kontrolleinheit 0 hergestellt. So, Cassandra, so einfach lasse ich mich nicht erwischen. Du musst dir schon etwas anderes einfallen lassen. Analysiere. Okay, pass auf, ich helfe dir bei deiner Analyse. Ich weiß, du und deine Leute setzen auf Unruhen und Uneinigkeit unter den Gemeinschaften der Menschen, damit ihr euer Werk vollenden könnt. Was wäre aber, wenn wir es schaffen könnten, die Streitkraft der Menschen zu vereinen? Analysiere. Würdet ihr dann immer noch so entspannt da oben in Maracourt mit eurem Hauptherr sitzen und warten, bis wir euch einkesseln? Unruhen und Uneinigkeiten der Menschen untereinander kalkulierter Parameter. Interessant, das habt ihr also einkalkuliert. Aber wie sieht es mit den einzelnen Individuen aus? Ist ein einzelner Kämpfer, der es schafft, bis in eure innersten Gefilde vorzudringen, überhaupt eine Gefahr für euch? Wo ist deine Urform? Verstehe, Dawkins ist also eine Gefahr. Vermutlich, weil er Dinge weiß, die euren Plan durchkreuzen könnten. Aber eigentlich braucht ihr euch doch keine Sorgen machen. Euer dunkles Elex wird bald alles verseucht haben. Dann habt ihr doch, was ihr wollt, oder etwa nicht? Hohe Reinheit des Trägermediums zur Wandlung der Individuen ist gewährleistet. Es sei denn, jemand verunreinigt euer Trägermedium oder verdünnt es mit einer ähnlichen Substanz. Verdammt, das Elex-Depot der Alps in Ignadon. Ihr werdet es bald angreifen, nicht wahr? Weil Cassandra das immer so macht. Das gehört zu ihrem Standardprotokoll. Ey, das macht dir echt so wenig Schaden, ja? Meine Fresse. Den Schaden hältst du echt nicht aus, den die austeilen. Diese Vögel. Echt? Keine Ahnung, ich treffe den nicht. Der ist mir zu klein. Oh ja. Komm mal mit. Ja, ja, macht ihr das mal untereinander aus. Ja. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sogar besser als irgendeine Pestratte. Laden des Todes. Au! Nein, mach das nicht. Nein, Laden des Todes. Ey, nein, nicht du. Nicht jetzt. Ich bin doch fast weg. Blöd, Drakon, ey. Da sind doch genug Kuratoren zum Sp... Kommandor? Nein. Langsam wird es ungemütlich. Aber wir müssen weitermachen. Ich brauche noch mehr Informationen. Ruhe. Ich muss erstmal nur was essen. Und da muss ich halt den aufräumen. Ey, der ist mir echt zu anhänglich hier. Ich treffe ihn sowieso nicht. Sind wir doch mal ehrlich. Der war aber auch hinterlistig. Das hätte meine... In Ehre gefallene... Kranke... Nein, nicht kranke Pestratte... Niemals getan. Mir so in den Rücken zu fallen. Ey, warum... Warum geht ihr jetzt beide auf mich, hä? Ja, genau. Wieso explodiert das da so? Ist das ja ohne? Ne, oder? Ist das weg? Ja. Ja. Jetzt muss ich mich wieder mit Crony beraten. Dass die nächsten Schritte wären. Nochmal mit Cassandra. Naja, gut. Lass uns noch ein letztes Mal mit Cassandra sprechen. Gleicher Ort, gleiche Methode. Ich meine, der Blitz kann ja nicht ständig an derselben Stelle einschlagen. Hast du ne Ahnung? Deines Metabolismus ergibt ein fortgeschrittenes Stadium der Wandlung ohne Metamorphose. Das ist kein Normalverhalten. Das sagtest du schon einmal. Moment. Ich verstehe. Du weißt überhaupt nicht, wie das Ganze funktioniert. Du hast keinen blassen Schimmer, nicht wahr? Jetzt wird mir einiges klar. Du bist keine Kontrolleinheit. Du bist ein ausführendes Organ, eine Marionette der Skyens. Sie haben dich programmiert und sie kontrollieren auch deine Prozesse. Ist das nicht so? Eine umfassende Untersuchung in einer Forschungszelle ist unerlässlich. Natürlich. Es sind eure Wissenschaftler. Sie fragen sich, warum ich nicht schon längst eine ihrer Kreaturen geworden bin. Das ist vermutlich auch einer der Gründe, warum sie Dawkins finden wollen. Sie fürchten bei ihm eine noch stärkere Resistenz gegen das Dunkle Elex. Halte deine Position. Örtliche Kuratoren werden dich in Gewahrsam nehmen. Wo ist deine Urform? Wer hat dir den verdammten Auftrag gegeben, nach uns zu suchen? Wer will uns Anomalien auf seinem Seziertisch? Analysiere. Wer hat dich programmiert? Wer ist der Drahtzieher, den du dienst? Analysiere. Nenn mir seinen Namen. Sensorenorten feindlicher Einheit. Na klar. Scheiße. Na, kommt mal her. Boah. Aufstehen. Mann, da war das ewig. Nein. Sie empfangen keine Signaturen der Kontrolleinheit Null. Kassandra hat sich zurückgezogen. Ich war hier wohl zu unfreundlich. Na, dann aktiviere mal wieder deine Sicherungsbolzen, Kleiner. Ich denke, wir haben, was wir kriegen konnten. Positiv. Viel war es ja nicht, aber immerhin, ich weiß jetzt, was uns noch fehlt, bevor wir den Skyens in Maracor die Stirn bieten können. Sensoren empfangen ein schwaches Signal aus Richtung Betara. Der Forma übermittelt Kontaktdaten. Eine Nachricht der Skyens? Wie lautet sie? Prinzipal-Tayag erwartet die Ankunft der zweiten humanoiden Anomalie in der Kommandozelle von Betara. Ach was. Eine Audienz bei einem der obersten der Skyens? Sieh an. Wir haben die Herrschaften neugierig gemacht. Weitere Datenpakete werden übermittelt. Abschottung aktiv. Ja, richtig. Lass mal deine Sicherungsbolzen aktiviert. Die Mistkerle werden nun wieder versuchen, dich zu übernehmen. Bevor ich nicht mit diesem Prinzipal-Tayag gesprochen habe, lässt du dein Visier besser geschlossen. Positiv. Wir müssen uns jetzt erst einmal um uns selbst kümmern. Ich brauche jetzt jeden guten Kämpfer an meiner Seite. Empfehle Überprüfung der Loyalität der Waffengefährten. Ich fürchte, das sollte ich tatsächlich machen, bevor wir in die Schlacht ziehen. Ich kann mir jetzt keine Schlappe oder Verrat mehr leisten. Danke für den Hinweis, Kleiner. Stand by. Lagerkoller. Und ich habe gerade einen Kampfkoller. Warum bist denn du so ein starker Kurator? Die anderen Lolli-Lutscher, die konnten da auch nicht so viel. Laden des Todes. Laden des Todes. So. Au. Verkehrsschild des Todes. Scheiß Ampel, ey. Wer hat denn die hier hingebaut? Mensch. Das waren drei. Oder vier. So genau weiß ich es gar nicht. Die sind echt anstrengend, die Dinger. Und die Prinzipale noch viel mehr. Aber einer ist da noch. Glaube ich. Ja. Der hat nicht mitgemacht. Der will überlaufen. Finde ich gut. Gut. Der war leicht. Der Pest greift hier gegen auf sein Konto. Du darfst dich im Zaun verfangen, ha? Ah, wir können nicht schau'n nicht schießen. Da ist dieser blöde Zaun dazwischen. Aber du gehst weg. Ich brauche Fisch ist eh weg. Hast du das eigentlich weh? So ne grünen Klumpen rauszuwürgen? Oh. Hast du doch da einen Weg gefunden? Ja, jetzt müssen wir die ganze Sache mal öffnen. Hm. Wir sind nach Betara eingeladen. Gamara und Deltara haben wir ja schon durch. Tja. Ah, wir holen mal noch die Kollegen in der Bastion aus. Das erscheint mir jetzt wichtig. Wer könnte uns verraten? Krull! Da kämpft einer gegen einen Flugwaran. Luftwaran? Wie heißt der nochmal? Sturmwaran, natürlich. Sauber, Leute. Ich sehe, ihr kommt zurecht. Du wirst uns nicht verraten, richtig? Nein. Reden wir mal mit Fox. Wart mal stehen. Wir brechen bald nach Maraco auf. Wirst du mir bis dahin folgen? Maraco? Bist du wahnsinnig? Auf keinen Fall. Oh. Mann, dich kann man ja gar nicht mehr so richtig verarschen. Klar bin ich dabei. Was auch sonst? Mach dir da mal keine Sorgen. Ein Gefährte von der Liste abgehakt. Weiter so. Wir stehen kurz davor, gegen den Feind zu ziehen. Wie weit wirst du mit mir gehen? Du weißt, ich stehe auf die ganz große Scheiße. Das Gemetzel in Maracoa werde ich mir nicht entgehen lassen. Egal was kommt. Sehr schön. Nee. Schön wird das hoffentlich nicht. Noch ein Gefährte. Weiter so. Naja, in gewissem Stil kann man dir leider nicht absprechen. Tja, wer kann uns verraten? Diak? Du hast deinen Vater rekrutiert? War da nicht mal was? Ja, aber lass es uns mit ihm versuchen. Er ist ein guter Stratege und Feldherr. Wir können von seinen Fähigkeiten nur profitieren. Aber gib Acht auf ihn. Er ist mir schon einmal in den Rücken gefallen. Ist gut. Ich werde Vardek im Auge behalten. Wird schon schief gehen. Was? Was ist mit dir eigentlich? Es gibt immer... Wir haben dir den Passus 1 rekrutiert. Ich habe ihn in jedem Passus angesprochen, meiner Ansicht nach. Und da ist einfach nichts. Und er hier sagte in Passus 1 am Ende, komm mal vorbei, vielleicht habe ich was zu tun für dich. Und ich habe ihn in jedem Passus angesprochen und er hatte nie was zu tun. Ist Falk noch da? Mein Bulli und Myra sind ja sonst wo. Es dauert nicht mehr lange, dann gehen wir in Richtung Marakor. Du kommst doch mit uns, oder? Ja, natürlich. Die Kultur der Skyens birgt eine Menge Geheimnisse, die es zu lösen gilt. Ich danke dir. Das weiß ich zu schätzen. Ebenfalls. Ein weiterer Gefährte von der Liste, den ich abhaken kann. Zur Verbesserung deiner Sprachroutine. Geheimnisse werden gelüftet, nicht gelöst. Probleme werden gelöst, nicht gelüftet. Ah ja, Kaya ist oben. Natürlich. Die macht den Haushalt. Oder? Was macht sie? Ei. Bald ziehen wir in den Krieg. Wirst du auch dann noch an meiner Seite kämpfen? Das hast du jetzt nicht wirklich gefragt, oder? Ähm, doch. Ich muss doch wissen. Ach, halt die Klappe. Natürlich werde ich an deiner Seite bleiben. Was sollte ich dir noch sonst tun, du Idiot? Ein Gefährte von der Liste abgehakt. Weiter so. Also, ich hoffe, das ist nicht die reine Alternativlosigkeit, die aus dir spricht, sondern es ist die pure Zuneigung. Wer fehlt denn noch? Bulli und Nyra. Richtig oder falsch? Genau. Wir können uns noch ein bisschen improvisieren, denn die sind ja nie da, wo man sie braucht. Umgebungs-Scan eingeleitet. Hohes Aufkommen von Unrat erkannt. Ach, Mensch. Wenn man mal ein Jetpack braucht, hat man keins. Bulli. Wir ziehen bald in den Krieg gegen den Feind. Bist du dabei? Was denn? Du willst den ganzen Spaß für dich allein? Das kannst du vergessen. Natürlich gehe ich mit. Freut mich zu hören. Ach, komm mir jetzt nicht mehr Sentimentalitäten. Davon kriege ich immer Sodbrennen. Noch ein Gefährte. Weiter so. Solange es kein Durchfall ist, Bulli. Ist alles in Ordnung. Und dann Nyra. Da müssen wir wieder ein bisschen über die Eissiedlung. Oder wie ist die Schneesiedlung? Genau. Oh. Orientierung? Das ist Alpdepot. Also es sieht da oben. Ja, eigentlich habe ich niemanden Verdacht hier, äh, falsches Spiel mit Roger Reddick zu treiben. Der Krieg wird bald seinen Höhepunkt erreichen. Wirst du auch dann noch mit mir kämpfen? Ich bin noch nicht so kampferprobt, dass ich mit Sicherheit sagen könnte, dass ich das überleben werde. Aber ich werde es versuchen. Ich folge dir in die Schlacht nach Marakor. Sehr schön. Vielen Dank für dein Vertrauen. Abwarten. Es wird sich noch zeigen, ob es auch gut für uns beide endet. Oh ja. Für dich endet es nicht gut, du dumm Waran. Was glaubst du eigentlich hier zu erreichen, uns anzugreifen? Mann, ey. Dein Genom geht aber echt aus dem Pool der Evolution entfernt, was ich hiermit getan habe. So blöd kann man sich echt nicht anstellen. Zumindest nicht ungestraft. So. Dann haben wir das gemacht. Ja. Was wäre denn das Nächste? Wir hätten die Reinheit des Elex. E-Com braucht Unterstützung. Ah ja. Okay. Um, äh, Unruhen, Einigkeit, eine Wille und Wanderung. Ah, ich würde mich als nächstes um die Reinheit des Elex kümmern. Zum einen, weil ich gerade unterwegs bin hier in der Gegend. Zum anderen. Und weil ich mit Alps auch irgendwie ein bisschen verpflichtet bin. Wir sind ja diejenige Fraktion, die an vorderster Front gegen die Skaiens kämpfen wird. Und sie brauchen ihr Elex. Das bringt nur Unruhe rein, wenn das zweite Elex-Depot auch noch in die Luft fliegt. Das müssen wir unbedingt verhindern. Ja, und wir arbeiten dran, es zu verhindern, im nächsten Teil. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.